Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Das Brandenburger Tor heute Abend. Als Symbol für die Teilung Berlins hat es ausgedient. Ebenso die Mauer, die seit 28 Jahren Ost und West trennt. Die DDR hat dem Druck der Bevölkerung nachgegeben. Der Reiseverkehr in Richtung Westen ist frei. Guten Abend meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten. Sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Nirgends wohnen Ost- und Westdeutsche dichter beieinander als in Berlin. Von dort Robin Lautenbach. Gespanntes Warten hier am Innerberliner Grenzübergang in Validenstraße. Journalisten und Neugierige hoffen, hier schon heute Abend den DDR-Bürger zu treffen, der als Erster aufgrund der neuen Bestimmungen ausreisen darf. Und sei es auch nur, um am Kurfürstendamm ein Bier zu trinken. Doch bisher vergeblich. Reisende berichten, dass gleich nach Bekanntwerden der Meldung hier auf der anderen Seite DDR-Bürger anfragten, ob sie mit ihrem Personalausweis nach Westen könnten. DDR-Grenzer sollen ihnen gesagt haben, sie könnten morgen früh um 8 Uhr ihren Stempel abholen und erst dann reisen. Vor 28 Jahren und knapp drei Monaten wurde die Mauer erbaut. Sie wurde zum Symbol nicht nur der Teilung der Stadt und der Teilung Deutschlands, sondern sie wurde auch ein Symbol des Kalten Krieges. Spätestens seit heute Abend ist dieses Bauwerk nur noch ein Baudenkmal. Noch vor fünf Tagen, am letzten Sonnabend, hatten die DDR-Grenztruppen das Gebiet zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße hermetisch abgeriegelt. Damit sollte verhindert werden, dass die Demonstranten vom Alexanderplatz zur Mauer zum Brandenburger Tor durchbrechen und hier über die Mauer klettern. Aber spätestens seitdem DDR-Bürger nur mit ihrem Personalausweis über die Tschechoslowakei nach Westdeutschland reisen konnten, war es klar, dass auch dieses Bauwerk hier quer durch Berlin und um Berlin herum keinen Bestand mehr haben würde. Bis 21.30 Uhr war es an den innerstädtischen Grenzübergängen ganz still. Lediglich einige Westberliner Fahrzeuge wurden abgefertigt. Bürger, die die DDR verlassen wollen, hieß es heute Abend, brauchen dafür ein Visum. Die zuständigen Abteilungen für Pass- und Meldewesen der Volkspolizei-Kreisämter würden aber unverzüglich Visa erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Für Besuche in Westberlin und in der Bundesrepublik müssen DDR-Bürger offensichtlich nur ihren Personalausweis vorlegen. Mit Besuchen in Westberlin kann man jetzt also jede Minute rechnen. Der Regierende Bürgermeister Berlins Walter Momper appellierte heute Abend auch schon, dass niemand vor den bevorstehenden Problemen zurückschrecken solle. Wie wir 40 Jahre lang dagegen gekämpft haben, dass die Grenzen in Deutschland uns trennen, wie wir immer wieder dafür plädiert haben, dass es Reisefreiheit geben muss, dass es Selbstbestimmung für die Deutschen in der DDR geben muss, so dürfen wir auch nicht verzagen vor der Größe der Aufgabe, die auf uns zukommt, in der Stunde, wo es da ist. Wir sind eben eine Großstadt und wir können nicht immer davon reden, dass wir die Metropole in der Mitte Europas sind und dann, wenn wir es wirklich wieder sind, weil wir normal mit unserem Umland, mit unserem Hinterland verbunden sind, in dem Moment sagen, oh, es wird so schwierig werden, so viele werden kommen, der eine oder andere wird auch hier bleiben wollen, wie wollen wir die alle unterbringen. Ich denke, man soll das alles bewältigen und ich denke, dass dieser Entschluss des Politbüros und des Zentralkomitees der SED, also der Führung der DDR, was ja mit einigen anderen Beschlüssen auch verbunden ist, dass das aus der Sicht dieser Partei, das muss man ja auch mal sehen, mutige Schritte, vernünftige Schritte sind. Sie kommen nach meinem Empfinden viel zu spät. Dieser letzte Beitrag von Christine Kolmar war eine Aufzeichnung. Wir wollen jetzt noch einmal nach Berlin gehen, dieses Mal live zum Grenzübergang Invalidenstraße zu meinem Kollegen Robin Lautenbach. Die Lage an den innerstädtischen Berliner Grenzübergängen ist im Moment recht konfus und unübersichtlich. Hier in der Invalidenstraße hat sich am ganzen Abend noch nichts getan. Viele Schaulustige und Westberliner stehen hier und warten weiterhin auf die ersten Ostberliner oder DDR-Bürger, die hier zu einem kurzen Besuch herüberkommen. Aber ganz anders sieht es bereits an anderen Grenzübergängen aus. Beispielsweise im Wedding am Übergang in der Bornholmer Straße. Sie waren gerade dort. Was haben Sie denn da erlebt? Ich habe erlebt, dass um 21.25 Uhr das erste Pärchen, Tränen aufgelöst auf uns zugelaufen kamen, als sie die Westberliner Weiße Linie erreicht hatten. Dann sind wir beide um den Hals gefahren und wir haben alle gemeinsam geweint. Haben Sie noch andere Leute kommen sehen? Ich habe also eine Menge Leute kommen sehen. Angeblich haben dort etwa 1.000 Personen zu diesem Zeitpunkt gestanden und wurden zurückgeschickt und sollten von der Volkspolizei sich Stempel holen. Das hat sich aber als nicht richtig erwiesen. Sie wurden zum Schluss ohne irgendwelche Querelen und ohne Komplikationen durchgelassen. Es wurde ihnen auch zugesichert, dass sie jederzeit wieder zurückkommen könnten. Auch Sie waren in der Bornholmer Straße. Haben Sie auch DDR-Bürger schon getroffen? Ja, ich war ca. um halb 10 Uhr an der Bornholmer Straße. Vorher an der Chausséstraße, da ereignete sich nichts. Wir sind dann nach der Bornholmer Straße rübergefahren. Und wie wir ankamen, kamen die ersten DDR-Bürger mit Autos und zu Fuß über die Grenze gelaufen. Haben die Ihnen erzählt, welche Formalitäten Sie dann noch erfüllen mussten? Ja, wir haben sie dann gefragt, welche Formalitäten. Und da haben sie gesagt, nur einen Stempel im Ausweis. Haben uns auch den Ausweis gezeigt, den DDR-Ausweis. Und somit konnten sie fahren. Wir haben auch beobachtet, dass welche zurückgegangen sind, haben ihr Auto geholt und sind dann wieder zurückgekommen. Also die sind nur einmal kurz rübergekommen, um zu testen, ob es auch wirklich geht? Ja, ja. Und sind dann mit dem Auto wieder zurückgekommen. Und es reichte offenbar der Personalausweis? Nur der Personalausweis. Die haben keine anderen Papiere gehabt und die wollten auch alle wieder zurückgehen. Haben Sie auch Leute dort getroffen? Ja, ich habe zum Beispiel ein Ehepaar getroffen, was auf der anderen Seite in der Bornholmer Straße wohnte. Und die Leute sagten, ach, wir werden mal zur anderen Seite der Bornholmer Straße gehen, ob die Horstnummern dort weitererzählen. Und am selben Tag wieder zurück. Gleich wieder zurück. Hier in der Invalidenstraße auf der anderen Seite haben die Grenzpolizisten offenbar diese Weisung noch nicht bekommen oder sie haben sie nicht verstanden. Hier werden bis zu diesem Zeitpunkt offenbar die Leute auf der östlichen Seite weiter zurückgeschickt. Sie werden vertröstet auf morgen 8 Uhr, dass sie sich dort ihren Stempel bei der Volkspolizei abholen können. Aber wie gesagt, an sehr vielen anderen Grenzübergängen, nicht nur in der Bornholmer Straße. Wir haben es auch gehört von der Sonnenallee und vom Ausländergrenzübergang Checkpoint Charlie. Ist es offenbar bereits möglich, mit dieser neuen Regelung völlig komplikationslos nach West-Berlin zu kommen. Damit gebe ich zurück zum Tagesthemenstudio. Robin Lautenbach live aus West-Berlin. Aus Ost-Berlin hatten wir heute zunächst nicht mehr erwartet, als einen Bericht über den zweiten Tag der Sitzung des Zentralkomitees der SED. Der SED, spannend genug, und über die Reaktionen darauf. So ließ sich das auch an, bis dann gegen sieben Günter Schabowski, im Politbüro der SED, neuerdings zuständig für Information und Medienpolitik, gegen Ende einer langen Pressekonferenz fast beiläufig einen Zettel aus der Tasche zog und verkündete, was inzwischen wohl die halbe Welt beschäftigt. Die DDR öffnet alle Grenzübergänge. Wer ausreisen will, der kann das ohne größere Formalitäten tun. So habe es die DDR-Regierung, die zwar zurückgetreten ist, aber bis zur Wahl einer neuen im Amt bleibt, heute Abend beschlossen. Über den Tag in Ost-Berlin, er hat Thomas. In der Telefonzentrale des Senders Freies Berlin riefen heute Abend amerikanische Fernsehgesellschaften an. Ob es denn wahr sei, dass gerade die Mauer eingerissen würde. So weit ist es noch nicht. Aber sie ist keine düstere Barriere mehr. Viele, viele Anrufe hatte ich, circa 150 innerhalb von 25 Minuten. Mein absoluter Rekord übrigens, habe ich noch nie gehabt. Und daher habe ich meine Kollegin angerufen, die ist dann hergekommen von zu Hause und hat mir dann geholfen. Die DDR-Bürger erfuhren die Neuigkeit um 19.34 Uhr aus der aktuellen Kamera. Über den heutigen Beratungstag informierte Günter Schabowski am Abend die internationale Presse. Dabei gab er auch einen Beschluss des Ministerrates zu neuen Reiseregelungen bekannt. Demzufolge können Privatreisen nach dem Ausland ab sofort ohne besondere Anlässe beantragt werden. Die Bestimmung gilt bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung der Volkskammer. Kein Umweg mehr also über Ungarn oder die Tschechoslowakei. DDR-Bürger können ab sofort alle Grenzübergänge nach Westen und nach West-Berlin nutzen. Völlig ungeklärt aber ist, wie auch bei dem geplanten endgültigen Reisegesetz, die Frage der Devisen. Reisewillige brauchen nun mal D-Mark oder Dollars und die sind in der DDR rar. Auf seiner Pressekonferenz heute Abend zeigte sich sogar Günter Schabowski von dem schnellen Beschluss des Ministerrats überrascht. Also Genossen, mir ist jetzt hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständigen Abteilungen, Pass- und Meldewesen der VB, der Volksbezirk, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Der Weg in den Westen, ob Privatreise oder endgültige Ausreise, führt über die Meldestellen der Volkspolizei. Sie müssen ab morgen mit einem Ansturm rechnen. Sie sollen deshalb auch am Wochenende ausnahmsweise geöffnet werden. Die Reisegenehmigungen sollen unbürokratisch gehandhabt werden. Bisher geltende Voraussetzungen, Verwandte im Westen oder dringende Familienangelegenheiten sollen entfallen. Aber da gab es auf der Pressekonferenz heute Abend noch die Frage aller Fragen. Herr Schabowski, was wird mit dem Berliner Mauer jetzt geschehen? Ich werde darauf aufmerksam sein, dass es 19 Uhr ist, das ist die letzte Frage. Haben Sie Verständnis dafür? Was wird mit der Berliner Mauer? Es sind dazu schon Auskünfte gegeben worden im Zusammenhang mit der Reisetätigkeit. Die Frage des Reisens, die Durchlässigkeit, also der Mauer von unserer Seite, beantwortet noch nicht und ausschließlich die Frage nach dem Sinn. Also dieser, ich sag's mal so, befestigten Staatsgrenze der DDR. Die Frage nach dem Sinn dieser befestigten Staatsgrenze der DDR wird sich in den nächsten Tagen und Wochen wohl noch drängender stellen. Dass die Polenreise des Bundeskanzlers, die heute Nachmittag begonnen hat, unter dem Eindruck der Ereignisse des heutigen Abends in den Hintergrund drückt, ist, so bedauerlich es sein mag, natürlich und unvermeidlich. Helmut Kohls Reaktion auf die Nachrichten aus Ostberlin in einem Interview, das Werner Sonne soeben mit dem Kanzler aufgenommen hat. Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Herr Bundeskanzler, die DDR hat dir heute Abend alle Grenzen aufgemacht. Ist das der große Durchbruch, den wir immer gefordert haben? Was wirklich aus dieser Entscheidung erwachsen wird, weiß ich nicht. Ich bin ja laufend hier informiert worden und ich halte es jetzt für sehr richtig, dass wir unmittelbar nach meiner Rückkehr Kontakt aufnehmen mit der DDR-Führung. In der Zwischenzeit wird ja auch der neue Ministerpräsident gewählt sein. Und ich will dann möglichst bald mit dem Staatsratsvorsitzenden und dem Ministerpräsidenten persönlich zusammentreffen und sprechen. Was jetzt die Konsequenz dieser Entscheidung sein wird, welche überfälligen Formen wirklich vollzogen werden, das kann zur Stunde niemand beurteilen. Eine Konsequenz für uns, Herr Bundeskanzler. Muss es weitere Programme geben, denn es werden ja noch weitaus mehr Menschen werden. Ich habe ja gestern ganz klar gesagt, jedenfalls was unser Verhältnis zur DDR betrifft, im Deutschen Bundestag, dass wir zur Hilfe bereit sind und im Fall von wirklichen umfassenden Reformen, die für mich allerdings auch Pluralismus der Gesellschaft, freie Gewerkschaften, freie Parteien und freie Wahlen anschließen, bin ich bereit, sehr weitgreifende Überlegungen anzustellen. Was jetzt im Konkreten passiert, in der Bundesrepublik, Sie meinen für die Aufnahme von Flüchtlingen, da haben wir heute Mittag vor meiner Abreise ein sehr intensives Gespräch gehabt und ich denke, wir haben eine Menge auf den Weg gebracht. Aber die Konsequenz wird ja sein, dass noch mehr DDR-Bürger kommen werden. Geht das noch, Herr Bundeskanzler? Können wir sie noch aufnehmen? Zunächst einmal glaube ich, dass wir jetzt mal abwarten, wie viele kommen. Für das, was im Augenblick heute berechenbar war, haben wir Vorsorge getroffen. Aber es ist eine sehr schwierige Lage und die Entscheidungen, die hier zu einer Verbesserung der Lage führen können und führen müssen, ich halte das für überfällig, müssen natürlich in der DDR getroffen werden. Dass die Lösung des Problems liegt nicht darin, dass möglichst viele aus der DDR zu uns kommen, sondern dass unsere Landsleute in der DDR Lebensverhältnisse vorfinden, eine freiheitliche Ordnung, die ihnen die Chance gibt, in ihrer Heimat zu bleiben. Unser Interesse muss sein, dass die Landsleute zu Hause in der Heimat bleiben. Mehr über den Kanzler in Polen im weiteren Verlauf der Sendung. Die Meldung von der Öffnung der DDR-Grenzen für Jedermann erreichte den Bundestag während einer Beratung über das Vereinsförderungsgesetz. Sie hat, melden unsere Kollegen in Bonn, eingeschlagen wie eine Bombe. Sofort ist die Tagesordnung geändert worden. Das Parlament beschloss eine kurze Aussprache zu der Nachricht aus Ost-Berlin. Aus Bonn, Edeltraud Remmel. Bevor ich zu meinem Thema komme, möchte ich Ihnen eine Meldung vorlesen, die ich im Moment erhalten habe. Ich kannte sie nicht. Von sofort an können DDR-Bürger direkt über alle Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen. Ein historischer Augenblick im Plenum des Deutschen Bundestages. Die laufende Debatte wurde nicht nur unterbrochen, nein, die ganze Tagesordnung musste weichen. Gedränge vor den Monitoren in der Lobby. Noch einmal die Bestätigung der unglaublichen Meldung. Dann eine Sondersitzung. Die Reihen haben sich inzwischen wieder gefüllt. Und weil der Kanzler in Polen ist, eröffnet Kanzleramtsminister Rudolf Seiters die Debatte, die hier wohl kaum jemand so schnell vergessen wird. Wir sollten gemeinsam an unsere Bevölkerung appellieren, diese Solidarität in einer historischen Stunde auch unter Beweis zu stellen. Sie werden verstehen, dass mein Blick sich in diesem Augenblick auf Philipp Brandt, den Regierenden Bürgermeister von Berlin, an dem Tag, an dem 13. August 1961 richtet, an dem dieses inhumane Bauwerk entstanden ist. Die Entscheidung bedeutet weiter, dass wir der Freizügigkeit in Deutschland ein wesentliches Stück näher gekommen sind. Sie bedeutet aber auch, dass die neuen Männer in Ostberlin offenbar ihren Ankündigungen und Worten, Taten folgen lassen. Wir empfinden, dass die Geschichte einen so schnellen Gang nimmt, dass schon die Debatte von gestern, heute unter ganz anderen Aspekten geführt werden würde. Wir freuen uns und wir begrüßen alle, dass die Mauer gefallen ist, denn das bedeutet dies. Denn der unwürdige Weg über Drittländer ist jetzt überflüssig geworden. Die Bewährungsprobe für uns steht uns noch bevor. Verweisen wir uns alle, dieser Bewährungsprobe würdig. Kleinkariertes Aufrechnen, Überlasten oder Belastung sind dieser historischen Stunde nicht gerecht. Und dann spontan, ganz ohne Regieanweisung. Ein Stück Geschichte, für Willy Brandt ein Stück verwirklichter Traum. Zu allem, was an diesem Tag im deutsch-deutschen Verhältnis geschehen ist, ein Kommentar. Das spricht Günter von Lujewski vom Sender Freis Berlin. Das Gebäude DDR war längst baufällig. Nun fallen die Mauern, zurück bleibt eine Ruine. Ob da für die Menschen noch ein Halten sein wird? Die SED jedenfalls hat die Zeichen der Zeit allzu lange verkannt. Mit Erich Honecker hat sie bis zuletzt geglaubt, Michael Gorbatschow seiner Perestroika und Glasnost widerstehen zu können. Auch Egon Krenz hat den Menschen noch Grundrechte vorenthalten wollen, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Grundrecht, einuneingeschränkt zu reisen, das Recht auf freie Wahlen, das einen Führungsanspruch einer Staatspartei ausschließt. Auch im neuen Politbüro, so scheint es, sitzt noch mancher, der daran gerne festhalten möchte. Aber die Freiheit, so lehrt die Geschichte, ist nicht teilbar und sie ist erst recht Menschen nicht mehr vorzuenthalten, die sie kennen, kennengelernt haben. Und sei es aus den elektronischen Medien, die vor Grenzen nicht mehr Halt machen. So wenig, wie Menschen noch an die Überlegenheit des sozialistischen Systems glauben können, wenn sie gleichzeitig mit eigenen Augen sehen, wie unter marktwirtschaftlichen Vorzeichen der Wohlstand von Jahr zu Jahr wächst, wie die Geschäfte immer voller sind, die Straßen immer breiter werden, die Autos immer mehr. Die Menschen in der DDR haben ihren Führern zuletzt nicht mehr geglaubt. Sie haben es selbst besser gewusst, sie haben sich erhoben, machtvoll, friedvoll, soeben geht alle Macht vom Volke aus. Schon einmal war der 9. November für die Deutschen ein historischer Tag. 1918, als der letzte Kaiser abdankte, Reichskanzler Prinz Max zu Baden, die Geschäfte an den Sozialdemokraten Friedrich Ebert übergab und Friedrich Scheidemann die Republik ausrief. Anlass zur Freude, so meine ich, besteht auch heute. Jedenfalls kein Anlass zur Häme oder gar Rechthaberei. Nicht die einen Deutschen hier waren klüger oder fleißiger, sondern die anderen vom Schicksal 40 Jahre länger mit Unfreiheit geschlagen. An ihnen ist jetzt wieder gut zu machen, was an Millionen anderen gut gemacht wurde, die bereits nach 1945 aus ihrer Heimat vertrieben nach Westdeutschland kamen. Freilich, die Perspektiven gehen heute über Deutschland hinaus. Wiedervereinigung höre ich fragen, nie davon reden, immer daran denken. Denn so sind die Franzosen auch schon einmal mit ihrer Geschichte, mit der Geschichte eines verlorenen Stück Landes umgegangen. Die Perspektive unserer Tage heißt Europa. Ein Kommentar von Günter von Lejewski. Aus Leipzig zu berichten, zum Beispiel über die Montagsdemonstrationen, die mächtigsten in der DDR, war unseren Korrespondenten wochenlang nicht möglich. Man hat es ihnen, wie so vieles andere, schlicht verboten. Wie sich die Zeiten ändern. Seit heute steht in Leipzig ein richtiger, großer Übertragungswagen des westdeutschen Rundfunks. Und er wird ab sofort und die ganze nächste Woche in Betrieb sein. Das heißt nicht, dass wir jetzt aus der DDR senden können, von wo wir wollen. Der Kölner Ü-Wagen ist in Leipzig, weil dort heute Abend die nordrhein-westfälischen Kulturtage begonnen haben. Die Antwort des Landes Nordrhein-Westfalen auf eine ähnliche Veranstaltung der DDR vor zwei Jahren in Duisburg. Dass diese Kulturtage unter so veränderten politischen Umständen stattfinden, war natürlich nicht vorherzusehen. Eine Weile sah es so aus, als ob sie abgesagt werden müssten. Aber nun ist es doch bei der ursprünglichen Verabredung geblieben. Das Interesse der Leipziger an der Kulturoferte des größten Bundeslandes wird kaum geringer geworden sein. Aus Leipzig, Manfred Pütz. 19 Uhr heute Abend in der Leipziger Oper. Feierliche Eröffnung der Kulturwochen des Landes Nordrhein-Westfalen mit Ansprachen des stellvertretenden DDR-Kulturministers und von dem Ministerpräsident Johannes Rau. Bereits im Vorfeld hatte es erheblichen politischen Wirbel gegeben. Noch von Honecker veranlasst, wurden die Kulturwochen zunächst abgesagt, dann wenige Tage später gab Egon Krenz wieder grünes Licht. Hierauf ging Ministerpräsident Rau in seiner Begrüßung ein. Wir sind nicht hierher gekommen, um Ihnen Vorschläge zu machen oder Ratschläge zu geben. Ratschläge sind auch Schläge. Dazu haben wir kein Recht. Aber Sie und wir gehören zu dem einen Volk, das, wie es Hermann Heimpel vor 30 Jahren einmal gesagt hat, sich selbst geschlagen und darum auch sich selbst geteilt hat. In den nächsten beiden Wochen bietet Nordrhein-Westfalen den Leipzigern eine Fülle von Angeboten. Gastspiele des Theaters an der Ruhr, des Bonner Schauspielhauses und des von Pina Bausch geleiteten Tanztheaters Wuppertal. Dazu Autorenlesungen, Symposien, Konzerte und Ausstellungen, darunter die bisher umfassendste Darstellung der bildenden Kunst in Nordrhein-Westfalen, eigens zusammengestellt für diesen Anlass. Eine unpolitische Insel ist Leipzig deshalb heute jedoch nicht. Keine tausend Meter von der Oper entfernt zogen in einem Schweigemarsch zum Gedenken an die Nazi-Pogrome mehr als 10.000 Leipziger durch ihre Stadt. Aufgerufen hierzu hatte unter anderem das neue Forum. Der Aufruf wurde vom Radio und den Tageszeitungen verbreitet. Auch unter anderen Umständen als den augenblicklichen hätte sich Johannes Rau, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, die Reise zu den Kulturtagen seines Landes in der DDR kaum entgehen lassen. Aber dass es so spannend werden würde, wie es heute war und immer noch ist, das konnte keiner ahnen. Deutsche Geschichte aus erster Hand. Heute Mittag bei Johannes Rau in Ost-Berlin beim neuen ersten Mann im Staate, bei Egon Krenz, Generalsekretär der SED und Vorsitzender des Staatsrates. Jetzt ist er in Leipzig. Vor zwei Stunden etwa habe ich mit ihm reden können. Guten Abend, Herr Rau. Die Tore in der Mauer öffnen sich für jedermann. Was geht Ihnen durch den Kopf in diesem Augenblick? Ich habe das eben erfahren und ich denke an das unendliche Leid, das durch die Trennung in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, an all die Hoffnungen, die mit dieser Öffnung jetzt verbunden sind, aber auch an die mangelnde Vorbereitung vieler auf diese Situation. Hoffentlich überheben wir uns nicht. Jeder, der kommen will, kann kommen. Niemand weiß, wie viele wollen. Wenn es sehr viele sein werden, schafft das die Bundesrepublik? Das wird sehr schwer, denn wir müssen darauf achten, dass wir die Hinzukommenden und die, die schon da sind, nicht unterschiedlich behandeln, damit es nicht zu Neid und zu Missgunst kommt. Wir müssen andererseits alle Hilfe bieten, die wir bieten können. Aber die entscheidende wird wohl darin liegen, dass wir helfen, dass Menschen hier leben können, in der DDR, dass sie sich hier wohlfühlen. Und dass die Reformkräfte, die hier am Werk sind, einen Durchbruch schaffen, der das Hierbleiben leichter macht. Sie waren heute Mittag bei Egon Krenz, zwar der erste Mann im Politbüro, aber sicher auch drüben in der DDR wie bei uns. Der umstrittenste mit einer, wie viele finden, ziemlich unappetitlichen Vergangenheit. Wie wirkt er auf Sie? Wir haben sehr offen über das Bild gesprochen. Ich habe das angesprochen, das Bild, das Egon Krenz in den Medien und bei vielen Menschen hat, nicht nur in den Veröffentlichungen. Ich habe nach diesem Gespräch den Eindruck, dass Krenz wirklich diese Veränderungen will, dass er sie aber systemimmanent versteht, und dass er bisher nicht die Chance sieht oder das Risiko, das mit dieser Chance verbunden ist, dass Machtmonopole aufgehoben werden, dass Wettbewerb entsteht, auch zwischen politischen Kräften, und dass dann Entscheidungen fallen zwischen den Bürgern. Ich glaube, da ist noch ein Stück Weg vor ihm und seinen Gremien. Andererseits erwarten hier viele von diesen Sitzungen des Zentralkomitees wirklich einen Schritt nach vorn, und zwar einen deutlichen, der nicht hinter den Dingen herläuft. Er wird also am Führungsanspruch der SED festhalten, nach jeder Einschätzung. Nach meiner jetzigen Einschätzung ist das so. Aber wenn wir einmal zurückdenken, was sich in den letzten acht Wochen hier verändert und bewegt hat, dann darf man, glaube ich, durchaus zuversichtlich sein, dass noch viele Veränderungen auf die Menschen hier zukommen und dass das alles Veränderungen sein werden, bei denen nicht unsere Ratschläge gefragt sind, sondern bei denen die Erneuerung von den Menschen selber kommt, deren Selbstbestimmungsrecht ist das. Er hat ja heute Mittag in Ihrer Gegenwart eine ziemlich verräterische Bemerkung gemacht. Er hat gesagt, dass er die bisherigen Wahlen in der DDR gar nicht so unfrei findet. Das heißt doch nichts Gutes für das Wahlgesetz, oder? Da haben sich natürlich unsere Meinungen nicht nur unterschieden, sondern da sind sie auch aufeinander geraten. Denn es kommt ja nicht nur darauf an, ob es freie Wahlen in dem Sinne gibt, in dem wir das bisher erlebt haben, sondern zu den freien Wahlen gehört, dass nicht eine Partei und nicht eine Ideologie entscheidet, wer kandidiert und wer gewählt werden kann. Das heißt, Pluralismus, politischer und gewerkschaftlicher Pluralismus ist nötig. Und dafür gibt es inzwischen hier eine Fülle von eindrucksvollen Formen. Die DDR braucht wirtschaftliche Hilfe, auch aus der Bundesrepublik. Die soll sie bekommen, wenn der Reformkurs sich durchsetzt. Wie sollte diese Hilfe nach Ihrer Auffassung aussehen? Nach meiner Überzeugung dürfen wir hier nicht Bedingungen formulieren, sondern wir müssen, wenn wir das Ziel haben, dass Menschen hier leben können, hier ihre Heimat finden und behalten können, dann müssen wir ein Angebot machen, zuerst einmal, was die Reisen angeht, damit nicht aus den Reisen lauter ausreisen werden müssen. Und dann wollen wir zweitens, das, was wir an Know-how, an Kenntnissen haben, auch an Industriestrukturen haben, anbieten, vom Umweltschutz bis zur Verkehrspolitik und bis zur Bausubstanz. Und da ist eine Fülle zu tun. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Herausforderung in allen westlichen Ländern annehmen sollten, dass wir sie aber nicht in der Weise an Bedingungen knüpfen dürfen, als würden wir gewissermaßen vorab Honorare verlangen. Die Kräfte der Erneuerung sind hier in der DDR und wir haben sie nicht dorthin zu exportieren. Herr Raum, müssen Sie nicht befürchten, dass das Kulturangebot Ihres Landes in der Aufregung dieser Tage in der Öffentlichkeit ein bisschen untergeht? Ganz im Gegenteil. Das, was wir bisher erfahren, zeigt, dass Menschen nicht nur hier in Leipzig, sondern in der ganzen Region darauf warten, dass sie sind wie trockene Schwämme, was diese Art von Kulturaustausch angeht. Und mein Eindruck ist, das wird vielleicht nicht so viele Schlagzeilen machen, aber es wird Kunsterlebnisse geben für viele tausend Menschen in unterschiedlichsten Varianten und Variationen. Darüber bin ich sehr froh. Vielen Dank, Herr Raum, und viel Erfolg für die Zeit in der DDR. Dankeschön. Wir bleiben in Leipzig, in einer Stadt, in der das Westfernsehen ziemlich intensiv gesehen wird. Das ist auch der Grund, warum ich in dieser Woche Post aus Leipzig bekommen habe, von Dr. Michael Burkhardt, dem ärztlichen Direktor der Poliklinik Ost in Leipzig. Er hat mir die Kopie eines offenen Briefes geschickt, der an zwei Kollegen adressiert ist. Ein Ehepaar, der Name tut nichts zur Sache, das vor 14 Tagen etwa plötzlich nicht mehr zum Dienst erschienen war. Sie ahnen, warum? Es ist in der Bundesrepublik, in Hamburg. Zwei Ärzte weniger in der DDR, könnte man sagen. Das muss zu verwenden sein, ist es sicher auch. Aber die beiden sind natürlich nicht die einzigen Mediziner, die in den letzten Wochen zu uns gekommen sind. Gerade bei Ärzten, schlecht bezahlt und mäßig ausgestattet nach westeuropäischen Maßstäben, ist die Abwanderung besonders groß. Was das für die medizinische Versorgung im Lande bedeutet, darüber habe ich am Beispiel der Leipziger Poliklinik mit Dr. Burkhardt ein Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Dr. Burkhardt. Guten Abend, Herr Friedrichs. Ich habe eben erklärt, woher wir uns kennen, nämlich durch Ihren Brief an mich und Ihre beiden Kollegen. Die sind also nun weg. Wie wirkt sich das aus auf die Arbeit in Ihrer Klinik? Ich muss dazu zunächst erklären, zum Verständnis der Zuhörer beziehungsweise Fernsehzuschauer in der Bundesrepublik, dass eine Poliklinik eine Bündelung der ambulanten medizinischen Betreuung ist. Das kennen Sie so nicht. Das heißt also, alles, was ambulant medizinisch geleistet wird, ist in dieser Einrichtung vorhanden. Wir sind 300 Mitarbeiter in 26 Fachabteilungen, davon 60 Ärzte. Es ist nun letztlich so, dass in die Bundesrepublik innerhalb der letzten 12 Monate insgesamt 17 meiner Mitarbeiter schon gegangen sind, davon alleine 8 Ärzte, weitere 8 Mitarbeiter haben innerhalb der letzten 3 Monate den Antrag auf Ausreise in die Bundesrepublik gestellt. Es ist ganz einfach erklärbar, wir haben Ärzte nicht im Überschuss ausgebildet, wir haben keine Ersatzleute. Die medizinische Betreuung ist in ihrer Qualität erheblich gestört, wenn nicht gar in manchen Bereichen eingeschränkt. Was hätten Sie denn getan, wenn Sie von der Ausreise der beiden Ärzte vorher erfahren hätten? Ich hätte nichts tun können, denn ich hätte Ihnen bei den gegebenen politischen Bedingungen auch nicht mehr versprechen können. Die Bezahlung ist nicht gut, wir haben in der Zeitung gelesen, gerade bei uns in der DDR, ein Facharzt für Kinderheilkunde, 25 Dienstjahre mit allen Diensten, verdient nur 250 Mark mehr wie ein Werftarbeiter in Rostock. Das heißt, der also 8 Klassen absolviert hat, Teilfacharbeiter oder was auch immer. Das heißt, ich hätte ihm nicht mehr Geld versprechen können, ich hätte ihm noch nicht einmal die Wohnung versprechen können, die er hätte haben wollen und wegen derer ich vielleicht vorher schon 4 Monate lang Bittgesuche an mein übergeordnetes Organ gerichtet habe. Gibt es denn nun Patienten, die Sie nicht mehr versorgen können, weil Ihnen so viele Ärzte abhandengekommen sind? Ich muss zunächst einmal noch erklären, dass die medizinische Betreuung im Notfall unverändert gesichert werden kann, dass es aber erhebliche Einschränkungen gerade im pflegerischen Bereich gibt. Und vor allem möchte ich hier nennen, was uns ja eigentlich alle sehr nahe gehen sollte, die Pflegeheime hier ist die Versorgung nicht mehr in guter Qualität gesichert. Es gibt verschiedene andere Bereiche, wie hier zum Beispiel in Leipzig im Bezirkskrankenhaus St. Georg, die Dialyse in einem großen Bezirkskrankenhaus. Hier sind nicht mehr 3 bzw. 4 Mediziner, sondern nur noch einer und der rund um die Uhr tätig. Nun sind ja Ärzte, auch wenn sie sich manchmal nicht so geben, auch nur Menschen wie alle anderen. Warum sollten gerade Ärzte nicht auch ein anderes und aus Ihrer Sicht vermutlich besseres Leben suchen dürfen? Das ist natürlich eine richtige Frage. Und ich muss sagen, hier vertrete ich als Liberaldemokrat selbstverständlich die Meinung, jeder hat das Recht auf Wahl seines Wohnsitzes, wo auch immer. Allerdings muss ich unterstellen, wir Ärzte haben ein Berufseid geleistet und dieser Berufseid verpflichtet uns in irgendeiner Weise, unsere Patienten zu betreuen. Wer also geht und wie dies ja in diesem Fall dieses Ehepaar gemacht hat von heute auf morgen und die Versorgung der Patienten in keiner Weise gesichert hat, also die Patienten unversorgt zurückblieben, und da gibt es ja noch sehr viel drastischere Beispiele in unserer Stadt oder auch in unserem Lande, das muss ich verurteilen. Denn wir haben einen hypokratischen Eid oder wir haben ein Berufseid geleistet, der verpflichtet uns, unsere Patienten zu betreuen. Sicher kann ich meinen Wohnsitz wählen, aber unter Einschränkung. Ich muss das vielleicht auch doch dann mal nicht so sehr egoistisch sehen. Sie sind in der LDPD, haben Sie eben gesagt, und für diese Partei sitzen Sie als Stadtverordneter im Rat der Stadt in Leipzig, also in einer Stadt, in der seit Wochen jeden Montag für eine andere, mutmaßlich bessere DDR demonstriert worden ist. Waren Sie eigentlich mal dabei? Selbstverständlich. Das ist eine Kultur in der Stadt Leipzig geworden. Die Bewegung ist von der Stadt Leipzig ausgegangen. Und ich muss sagen, ich bin seit dem 9.10. an jedem Montag da, aus folgendem Grund. Vor dem 9.10. fand eine Kriminalisierung der Demonstranten statt. Es wurde erklärt, dass die Demonstranten asoziale Elemente seien oder antisozialistische Kräfte. Wir mussten um unsere Stadt, um den Frieden in unserer Stadt fürchten. Und da war es meine Pflicht gewesen, als Volksvertreter und als Arzt in die Stadt zu gehen, um vielleicht dem Steinewerfer die Hand festzuhalten oder auch den Polizisten zu fragen, worum er zuschlagen möchte. Dass es nicht dazu gekommen ist, ich möchte sagen, das ist vor allem das Verdienst der besonnenen Demonstranten. Ich bin jeden Montag dabei und ich passe auch auf, dass hier kulturvoll demonstriert wird. Es wird so lange demonstriert, bis sich tatsächlich etwas geändert hat. Vielen Dank, Herr Dr. Burkhardt. Vielen Dank auch den Kollegen in Leipzig. Danke schön. Vielen Dank, Herr Dr. Burkhardt. und der gemeinsamen Erklärung erst einmal verschoben auf den kommenden Dienstag aus Warschau der Glutischaff. Feierliches Bankett mit Nationalhymnen im Warschauer Radzivilpalais am Abend des ersten Besuchstages. Premierminister und Bundeskanzler bekräftigten ihre Absicht einen Durchbruch in den beiderseitigen Beziehungen zu erreichen. Kohl und Masowiecki nutzten ihre ersten Begegnungen heute nicht nur, um sich kennenzulernen, sie machten auch ihre unterschiedlichen Positionen klar. Premierminister Masowiecki bat nachdrücklich um eine Entschädigung der Nazi-Opfer. Es handelt sich um etwa eine Million Personen, die ihre Ansprüche privatrechtlich geltend machen. In seiner Tischrede legte er großes Gewicht auf das Thema Oder-Neiße-Grenze. In dieser Frage stünden alle Polen zusammen, sagte er. Es gehe um das wichtigste nationale Interesse, nämlich das Recht, in gesicherten Grenzen zu leben, die von niemand bestritten werden. Bundeskanzler Kohl versicherte, sein Besuch sei ein Zeichen der Solidarität mit den demokratischen Reformen in Polen. Zur Oder-Neiße-Grenze wiederholte er seinen gestern im Bundestag vorgetragenen Standpunkt. Er halte an Buchstaben und Geist des Warschauer Vertrages von 1970 in allen Teilen fest. Aber er wiederholte auch seinen Vorbehalt. Jeder von uns weiß, dass wir noch keinen Friedensvertrag haben. Das ist weniger, als Masowiecki erst in dieser Woche öffentlich verlangt hatte. Die Diskussion um die Oder-Neiße-Grenze bleibt beiden Ländern als Hypothek der Vergangenheit also erhalten. Im Herzen Europas. Am Nachmittag hatte der Premierminister den Bundeskanzler auf dem Flughafen mit militärischen Ehren empfangen. Bis zum letzten Moment herrschte Durcheinander wegen des Besuchsprogramms. Unsicherheit auf beiden Seiten machte noch bis heute Abend Änderungen nötig. Die gemeinsame Erklärung wollen Kohl und Masowiecki nicht morgen zusammen mit den Verträgen unterzeichnen, sondern erst am Dienstag. Wie es heißt, wird noch an einem Abschnitt gearbeitet, der den gemeinsamen Besuch in Kreisau betrifft. Der Versöhnungscharakter dieser Geste soll besonders hervorgehoben werden. Großes Gewicht hat bei diesem Besuch die künftige wirtschaftliche Zusammenarbeit. Dazu wurde eine ganze Serie von Verträgen vorbereitet. Am frühen Abend empfing der Kanzler in seiner Residenz Solidarno-Chef Valenza. Er setzt sich mit Nachdruck für mehr deutsche Investitionen in Polen ein. Bis jetzt haben seine Vorschläge, die er bei seinem Besuch in der Bundesrepublik gemacht hatte, keine großen Erfolge gezeigt. Valenza äußerte die Hoffnung, dass von diesem Treffen neue Impulse ausgehen. In Kohls Begleitung sind zahlreiche Vertreter der deutschen Wirtschaft. Die beiden Außenminister Genscher und Skubiszewski unterzeichneten am Abend Protokolle über künftige regelmäßige Konsultationen und über die Einrichtung von Konsulaten in Hamburg und Krakau. Der polnische Außenminister dankte Genscher für seine Haltung zur Oder-Neiße-Grenze. Er zeigte sich beeindruckt von der breiten Zustimmung im Bundestag zu der gestrigen Entschließung. Das sei ein erheblicher Schritt nach vorn in den Beziehungen beider Länder. In den Nachrichten erste Reaktionen aus Moskau zur Entwicklung in Ost-Berlin, Jan Hofer. Kreml gelassen. In einer ersten Stellungnahme zur Entwicklung in der DDR hat die Sowjetunion heute die Veränderungen begrüßt. Die Regierungen könnten wechseln, aber die DDR dürfe den Warschauer Pakt nicht verlassen, solange die Bundesrepublik Mitglied der NATO sei. Rücktritt in China. Deng Xiaoping, der führende Politiker der Volksrepublik, ist heute von seinem letzten Hohen Amt in der Kommunistischen Partei Chinas zurückgetreten. KP-Chef Jiang Zemin, hier rechts im Bild, wurde sein Nachfolger als Vorsitzender der Zentralen Militärkommission und damit faktisch der Oberbefehlshaber der chinesischen Streitkräfte. Der 85-jährige Deng hat sich damit endgültig aus allen Spitzenpositionen in Staat und Partei zurückgezogen. Aber auch ohne Ämter gilt er weiterhin als mächtigster Mann Chinas. Vorsprung der Fundamentalisten Bei den gestrigen Parlamentswahlen in Jordanien haben islamische Fundamentalisten nach dem bisherigen Stand der Auszählung deutliche Stimmen Gewinne erzielt. Sie errangen ein Drittel der Mandate. Königstreue Vertreter bis jetzt nur ein Viertel der Sitze. Gipfeltreffen in Washington Die philippinische Präsidentin Aquino und US-Präsident Bush erörterten die Ausweitung der Handelsbeziehungen zwischen ihren Ländern und die Zukunft des US-Luft- und Marinestützpunktes bei Manila. Offizielle Verhandlungen darüber sollen im Dezember aufgenommen werden. Rentenreform verabschiedet. Mit großer Mehrheit hat der Bundestag die geplante Neuordnung der Rentenfinanzen gebilligt. Unter anderem ist vorgesehen, die Rentensteigerung künftig an die Netto und nicht wie bisher an die Bruttolohnentwicklung anzupassen. Vom Jahre 2001 an soll die Lebensarbeitszeit schrittweise wieder auf die Regelgrenze von 65 Jahren angehoben werden. Kollision vor Helgoland. Die Ursache des Zusammenstoßes der England-Fähre Hamburg hier heute in Bremerhaven mit einem norwegischen Containerschiff vergangene Nacht ist bislang ungeklärt. Ein deutscher und zwei britische Passagiere kamen dabei ums Leben. 16 Menschen wurden verletzt. Die Fähre wurde oberhalb der Wasserlinie acht Meter tief aufgerissen. Der Frachter Nordic Stream wurde nur leicht beschädigt und liegt inzwischen in Hamburg vor Anker. Die Leitzentrale hatte beide Schiffe auf ihren Kollisionskurs hingewiesen. In den heutigen Achtelfinalspielen um den DFB-Pokal schlug der VfB Stuttgart Bayern München mit 3 zu 0. Der erste FC Kaiserslautern bezwang den ersten FC Köln mit 2 zu 1. Wir gehen jetzt noch einmal live zur deutsch-deutschen Grenze, diesmal nach Niedersachsen zum Grenzübergang Gudo. Von dort meldet sich Thomas Kühn. Ja, der mögliche große Ansturm der ist bis hier noch nicht geschehen. Das mag auch darin liegen, dass man natürlich für die Einreise hier in die Bundesrepublik einen Pass und ein Visum braucht. Hier neben mir stehen allerdings zwei, drei die es trotzdem geschafft haben. Ich frage mal, haben Sie denn Pass und Visum heute Abend noch bekommen? Nein, haben wir nicht. Wir haben das im Fernsehen gehört und da habe ich das Auto vollgetankt und bin hergefahren. Einfach mit dem Personalausweis und ran gefahren an den ersten Grenzposten. Da habe ich die Familie mitgenommen, weil deren Freund umgedreht ist und dann sind wir mit dem Personalausweis reingefahren in die Grenzkontrolle. Die haben uns zwar mit Aufenthalt und Kontrollen durchgelassen. Ja, nochmal, aber Entschuldigung, haben Sie denn nicht irgendwie einen Pass? Ein Visum, ADN hat nämlich gemeldet, nur so kann man dann ausreisen. Ja, ADN hat das so gemeldet, aber vielleicht haben wir es nicht richtig verstanden. Ich habe das so aufgefasst, dass ich mit Personalausweis fahren kann, durchfahren kann durch die Grenze und dann bin ich losgefahren. Ich habe in dem Moment nicht an ein Visa oder so gedacht. Ich habe wirklich bloß einen Personalausweis mitgenommen und bin durchgekommen. War denn auf den Straßen was los? Ne, ich bin ziemlich alleine gefahren, nur Transitfahrzeuge eben, Bundesrepublik. Wie schätzen Sie denn die Reaktion bei den anderen DDR-Bürgern ein? Nicht nur Sie haben das ja in den Fernsehmeldungen gehört. Wie werden denn möglicherweise die anderen Bürger reagiert? Ich glaube, dass viele Bürger erst mal abwarten werden das Wochenende und dann vielleicht erst mal auf Besuch wieder in die Bundesrepublik fahren, um abgerissene Kontakte wieder knüpfen oder Freunde zu besuchen und dass sich denn eventuell ein Teil davon dann absetzen wird, glaube ich. Noch einmal Ihre Einschätzung. War denn das möglicherweise drüben ein Zufall, dass Sie mit dem Personalausweis rübergekommen sind oder war das eine Irritation, die dann einfach möglicherweise dazu geführt hat, dass Sie da einfach durchfahren durften? Ich würde sagen, es war eine Irritation der Behörden, die haben in dem Moment vielleicht nicht gleich gewusst, ob mit Visa oder nicht ohne und zurückschicken wollten sie uns vielleicht auch nicht und haben sie uns durchgelassen. Gut. Letzte Frage, wie geht es weiter, was haben Sie vor? Ich will jetzt im Moment gleich nach Hamburg zu Bekannten, die werden wahrscheinlich schon auf mich warten und dann werden wir erst mal abwarten. Gut. Hier in jedem Falle ist man vorbereitet, falls dann doch noch der Ansturm heute Nacht passiert. Die Zollbeamten glauben das nicht, denn Pass und Visa scheint wohl immer noch so, jedenfalls die offizielle Darstellung notwendig zu sein. Morgen, wenn es dann losgeht, morgen so etwa ab 8 Uhr wird dann hier sicherlich mehr Betrieb sein. Zurück nach Hamburg. Thomas Kühn am Grenzübergang Gudum. Es gibt bei der ARD wie auch beim ZDF am Samstagmorgen ein Programm, das nicht gerade ein Straßenfeger ist, das die meisten von Ihnen wahrscheinlich kaum kennen und wenn Sie es kennen, mögen Sie sich gefragt haben, was soll das eigentlich? Es ist die Vorschau auf das Programm der kommenden Woche, das bei uns natürlich Tag für Tag auch in jeder Zeitung steht. Nicht natürlich in der DDR und deshalb vermute ich mal, dass diese einsame Darbietung vor allem für unsere Zuschauer drüben gedacht ist. Nun wird sie vielleicht in Frage gestellt, denn auch in der DDR gibt es Programmzeitschriften und die wollen demnächst, wie es heißt, auch das ankündigen, was auf diesem Kanal und allen anderen hierzulande gesendet wird. Gestern wäre das noch eine richtig aufregende Nachricht gewesen, heute ist es fast schon normal. Das Wetter von morgen. Morgens im Süden gebietsweise Nebel, tagsüber vor allem im Osten sonnig, im Tagesverlauf von Westen Bewölkungszunahme und in der Nordhälfte zeitweise etwas Regen. Tiefsttemperaturen im Norden und im Westen bei 6, sonst plus 2 bis minus 2 Grad. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Im Süden schwacher bis mäßiger, nach Norden zu frischer bis stärker und böiger Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten, im Norden noch vereinzelt Regen, sonst nach zum Teil zögernder Nebelauflösung sonnig. Das war's für heute. Ein außerordentlicher Tag geht allmählich zu Ende. Letzte Nachrichten noch einmal gegen 1 Uhr. Alles, was heute Nacht und morgen passiert, morgen auch in den Tagesthemen und im Bericht aus Bonn. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, am Montag wieder. Guten Abend. Das war's für heute.